Musik Oh toll, trotz Winter kann man richtig schön Fußball spielen. Na dann mal los. Ich will den Ball, ich will den Ball. Ups, das war ein ganz schön weiter Schuss. Hm, was macht der Mann hier? Mama, was macht der Mann hier auf der Bank? Das ist ein Obdachloser. Dem Armen geht es sicherlich nicht so gut wie uns. Er hat kein Zuhause. Der Arme. Lass uns nach Hause gehen. Papa wartet sicher schon auf uns. Alle Jahre wieder zeigt sich das Weihnachtsland Erzgebirge von seiner schönsten Seite. Viele Besucher kommen von weit her, um sich hier in Weihnachtsstimmung zu bringen. Das Angebot ist groß und so fällt die Auswahl entsprechend. Ja, ja, ich mach's schon leiser. Papa, können wir heute im Baumhaus schlafen? Im Baumhaus? Es ist aber schon ganz schön kalt in der Nacht. Außerdem ist morgen Nikolaus. Hast du überhaupt schon Schuhe geputzt? Schuhe putzen mache ich schon noch. Können wir? Also gut. Es ist schon ganz schön kalt, um draußen zu schlafen. Zum Glück haben wir gut gegessen. Papa, wir haben heute einen Obdachlosen im Park gesehen. Damals sicher nichts zu essen. Oh weh, da hast du recht. Hoffentlich hat sich jemand ein Herz gefasst und ihm etwas zu essen gebracht. Hast du eigentlich deine Schuhe geputzt? Nein, vergessen. Ich musste ständig an den meinem Park denken. Gute Nacht. Outsch, dumme Sting. Oh, mein Gott. Du bist die Schuhe. Oh, mein Gott ist echt sicher. Oh, mein Gott sindou. Hilfe. Dann hab ich Scheu! Ich schreue mich leer. Was riecht denn hier so gut nach Spiegelei? Na die hau ich gleich rein. Oh, eins nach dem anderen. Oh, lecker. Oh, naja. Und nun werde ich auch schon wieder müde. Oh, naja. Oh, naja. Der Nikolaus hat ja doch etwas gebracht, auch ohne geputzte Schuhe. Was macht denn unsere Pfanne hier? Wer weiß. Oh, naja. Oh, naja. Also haben wirbreathonelt.